Hallo und jetzt willkommen zur Folge 7, glaube ich. Ja, Sie. Ja, von Son of God. Ich check immer noch nicht, wie die Map heißt. Hätten wir zwar am Anfang, wo wir wieder zurückgesetzt wurden, nachgucken können. Jetzt kommt mein Volk, ob wir gleich beim Ende sind. Ja, mir auch schon so ein bisschen. Man kann es lesen, ich habe es schon gelesen in der letzten Folge. Also, wir müssen auf diese Rückplatte. Bin ich. Du bist schon bereichnend. Fuck, wo sind wir? Ach, wo, ich bin wieder zurückgegangen. Das ist wieder zurück. Das ist der Mondtempel jetzt. Checkpoint. Funktioniert ja bei mir eigentlich nicht. Doch, funktioniert nur, weil ich steht, dass aus irgendeinem Grund nicht. Hau auf, du auf der Sport zu spämen. Oh. Moment, das ist der Mond. Ist es mir jetzt hochschwimmen? Okay, fertig. Okay, was müssen wir jetzt, weil ich gerade nicht sicher bin. Okay, das müssen wir... Hast du es schon aufgemacht? Nein, das war auf. Der Weg nach unten, der war auf. J, B, G, R. Soll ich mir das auch aufschreiben? Nein, brauchst du eigentlich nicht. Ich schalte das trotzdem auf. Zur Sicherheit. Ne, hier geht's nicht durch. Oder? Doch, ich bin weiter. Das war mein richtiges Labyrinth, finde ich. Ich hab das gleich auch schon aufgeschrieben. Ne, ne. B, Z. Daniel, wenn ich so werde, wie ich, wenn wir Ticket anfangen, will ich das so machen. Eins, eins, zwei Tage Adventure Map und bei dritten Tag machst du dann Ticket, damit der immer so eine Abwechslung kommt. Kann ich machen. Ich hab schon angemacht. Was, angemacht? Da hinten waren so Lampen, da war eine Druckplatte bei. Müsste es dann drücken. So, wenn das so machen, also du. Warte mal. Ich bin besser, dass, was ich auf... Bist du schon durch oder was? Ja, ich hab schon was angemacht. Ich fang grad zurück. Ich bin den Ausgang in oder überhaupt irgendwas nicht. Du fängst einfach ohne mich an, was ist das? Und du nimmst nicht mal auf, also kann das gar keiner von von den Leuten sehen, die das gucken. Tja. Ja, dann nimm auch auf. Nein. Ach so, da hast du Geld angemacht? Äh, ja. Warte mal. Y-Zielon? Ist ja alles als fängt. Yellow, Blue, Green, Red. Gelb hast du angemacht, das heißt, Blau, Grün und Rot. Ach, dann muss alle aktivieren. Okay, ich dachte, das kommt dann woanders. Oh, fuck. Oh, jetzt hab ich das alles suchen, Alter krieg ich immer Aids. Niklas hat Aids. Noch. Nicht. Alter, wie lange, ich will wissen, wie lange der hier drin gebaut hat, Alter. Ich will das ja alles. Das ist voll beschissen, mich in sowas zu bauen. Schenke fest. Ah, ich hab grad, dein Name riecht. Du lässt bei mir rum. Ich hab aber bei dir nicht. Du hast voll wenig Leitung. Warum? Das heißt, Lex. Bei mir ist der Ping gut. Nein, bei dir ist ein Strich, bei mir sind alle Striche. Bei mir auch. Also, bei mir sind alle Striche. Okay, oben ist das fast alle. Ich hab einen nächsten gefunden, denk ich. Ja, ich hab rot. Jetzt brauchen wir, äh, blau und grün. Blau und grün, ja. Warte, das heißt, den ich jetzt... Das ist sowas wie eine Karte, wo die einzelnen Dinger sind. Die waren ja alle in einer Ecke. Oben links ist gelb von diesem Schild aus. Unten rechts ist rot. Unten links ist grün und oben rechts ist blau. Das heißt, ich muss jetzt... Hier fahrt, hier ist zu. Nö, super. Oh, ich brauch's wieder an Anhaltspunkt. Bitte lässt das was anderes gewesen sein. Ich hab rot. Ich hab rot. Rot-Weiß-Brupp. 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 Naja, stimmt sich jetzt auch. Fuck. Und ist das unten links? Oben links ist gelb. Unten rechts ist rot. Okay, danke. Okay, danke. Dann sind es da entlang, da entlang. Ich hab noch eins. Welches? Grün. Grün. Aber das ist gerade hin. Ja. Und das stimmt. Kann sie nicht wissen. Jetzt brauchen wir... Blau, 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 blau. Dann haben wir alles. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Ich bin der-Greiber-Teste. Oh, ja. Oh, ja, ich bin der-Greiber-Scheiße. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh. Oh, ja. Also, sagen wir gleich Taquet? Ja, ich hab' nämlich richtig Lust irgendwie damit aufzuhören. also du aufzunehmen mit du aufzunehmen ja mit tun aber mehr tun uns auch klar klar ich nehme auf ich meine doch mit du ach jetzt bin ich bei grünen ich bin doch für den reichensten die mitte wir haben immer noch nicht mit dem Weg nicht mehr orientierungslosigkeit fordere nicht wurden doch es gewinnt bei es gewinnt gegen uns dass wir keine minimap haben auch mann willst du mich wohnen durch jetzt bin ich bei blau also eine minimap dass wir so dass wir das von oben alles sehen aber uns da nicht sehen auch abzubauen mann hier ist jetzt nicht durch doch nicht ich hab das gerade gesehen ist ich mach den hier guckt naja ich weiß auch mann ich finde den Weg nicht mehr aus draußen naja ich bin da ja ich bin jemand schmerz ich weiß jemand ja manche wird ihn glaube ich ich weiß es sind wieder zwei Eingänge hier eh jetzt wieder als ob hier ein Weg ist okay ist blau warte mein Kopf tut schon langsam weg von dieser und sie haben eine auch jetzt wird dieser Sturmbrick gegen sein und nicht so leck mich fett alter so jetzt gehe ich mal hierher so viele Wege auf einmal kann sich wohl nicht entscheiden Weg gefunden du bist mir doch verarscht jetzt bin ich in einer anderen Ecke aber ich bin bei grün okay kenne ich mich nicht ich bin schmerzen du hast richtig kopfschmerzen in allem ich bin es ganz nah eigentlich das ist ein kopfbrummt das ist ekelhaft warte ich schaffe es noch ich habe es in uns alle warte da doch ich glaube ich bin da ja wenn ich doch nicht an der Selle der Wände wenn du er ankommt sind auf einmal voll viele Wege ja ich weiß ich bin gelaufen weil du mir drin was als gefunden Daniel Kornet die Klinik ich bin schon aufs Ende wenn wir schon vorliegen glaube ich nicht aber geschafft ist nicht auf die andere Seite dies aber auf es ist auch die ohne Sinn und jetzt wieder der andere Tempel kommen hoch jetzt und die hier ist es in der Flügel kommen ja auch nicht gesagt sind die Lose Karten ich habe alles so eingesteckt nach unten schwimmen und was soll das sein oh 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 er lässt es an breathing hole Atemstelle ja dann können wir atmen ja lass sie an wir müssen irgendwas suchen breathing hole weißt du was das heißt Atemstelle ja da ist noch eine so aber warum ist das hier unter Wasser weil es sie möchte das muss doch irgendwie einen Sinn ergeben tut es doch alles so möchte aber warum ist es überhaupt ein paar kann doch eigentlich hochschwimmen oh ich kapiere es nicht was wir machen sollen fuck 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 Luft holen boah super mhm keine Ahnung ich gehe wieder zum Tempel Nein, 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 bleib mal hier So spät Vielleicht hat sich da was geöffnet oder so Du musst uns doch jetzt mal alles durch Ach, das soll eine Sanne darstellen Was? Ach, das, was man gerade gesehen hat Ach, ich will doch hoch, das ist ein Schalter Wie kommt man da über So, da waren wir, hier ist zu Falki, ich muss gleich mal ein Essen holen Ich Boah, Alter, ich hasse mein Kabel Wenn man drauf fahren, ist das nicht gut Ich check das nicht Ich auch nicht Hm Warte, ich muss mich nochmal da hinten hin Zum Lagerenten Ich glaub, ich hab die Lösung, ich bin mir aber noch nicht ganz sicher Was denn? Komm mal hier rüber Zum Spawn? Also da Nein, wo ich bin Aber sich nicht durchbauen, ne? Wir können es eigentlich nicht Wir sind eigentlich 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 sonst Ich hab den Durchgang gefunden Ich hab den Durchgang gefunden Warte, so aussehen, als ob das zurückgekommen ist Geil Was ist das? Ach ne, ich hab nur die Facule hier jetzt rausgenommen Hallo Warte, äh, das ist... Warte, äh, das ist... What the fuck? Ah, du bist runtergefallen, ich bin nach oben Ähm... Was ist da drin, ne? Gut, okay War nichts Das eigentlich nur Ahhhh Aha Ja, diesmal habe ich mit Absicht gemacht Okay, komm ich hier wieder hoch Ah, da... Oh, ich hab mich auf den Ticket jetzt ja immer weg ich hab gesneakt ich sie den Namen nicht mehr ich bin gut was hast du gemacht was hast du gemacht Niklas ich hab ausweist in meiner äh meinen Linken aus Taske gedrückt Scheiße mach uns mal als Mensch eine Not warte fail ich bin so egal wir haben Jump'n'Run ich bin so gut ich bin so gut ich bin so gut Mann du musst alles ab warum baust du doch die Scheiße ab ich hab das ja nicht und absicht abgebaut ich hab auch versehen ich hab das ja aber so an als würde ich es extra machen ich hab das extra nicht die das selbst spielt n egal wir haben jetzt in Jump'n'Run vielleicht schaffen wir es ja nicht ich das wäre schon krass irgendwie das hinzubekommen aber wie hat das mit dem Schnee gemacht das hab ich jetzt gar nicht gecheckt denn wenn es runtergefallen ist wir haben es geschafft was ist mehr Wasser gekommen ok hat geschaut ah ja da oben wir können hochschwimmen ja aber es ist nicht mehr was ist in die eine Tür was nicht mehr da waren wir drin und aus der anderen kam hier bestimmt auch so ich bin und ich bin nein nein na fuck ich bin runtergefallen was wie ein Arsch boah war das assig von dem nein hier sind wir gerade reingegangen ne ja du musst eine Etage höher ah ja da oben boah ne ne das ist mies das ist mies äh ah man darf die Druckplatten nicht berühren kannst du mich mal bitte hoch tp'n ich komm da nicht hoch fuck ah danke nein 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 warte ich ich check ich hab schon verstanden warte Mitte da ja warte ich ich schreibe das auf ich will mich verarschen wieso wohnen dann hö ach nee ups das war das dritte in der Mitte musst du rein wirst du nein ich werde in die Mitte Mitte links Mitte äh ich hab das nicht mehr hm m 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 Okay, dann ist es ganz rechts. Nein! Da, 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 da. Und dann ganz rechts. Da, 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 da. Fick dich, Niklas. Diesmal weiß ich das gar nicht. Nein! Hä? Nee, links. Nee, links. Echt? Wirst du mich... Ich kenne den Weg, warte. Ich auch. Wie ist das, das ist richtig? Du wirst mal immer, immer, immer über zweit. Voll sehr, das finde ich. Rechts. Gerade. Oh, jetzt ist er wieder, bei mir über zweit schon wieder. Links, links. Rollen, wo rast dich aus? Gerade? Nein, gerade ist es nicht, gerade. Rechts. Gerade, rechts, gerade. What the, gerade? Gerade, rechts, gerade. Links, links. Nein, rechts. Ey, jetzt, das steht wieder über zweit. Ich bin ganz klar. Schon wieder... ... Oh, Mann, jetzt. Einfach man das mal angetischt. schien es ist wichtig hatte das war dann links zu den nächsten ich ziehe k er soll sich nicht mehr was denn auf einem stoppen machen Ne Gerade Rechts Dort bin ich schon Das mache ich mal links Uh Uh Big Boss alter Big Boss Gerade Das ist unnötig das aufzuschreiben Big Boss What's I gonna do What's I gonna do Gonna come for you So jetzt muss ich Dahin Warte Ach, hier auch noch Geil, mach ich in der nächsten Falle mit dem Glas Ah, neta, bist du auch schon wieder da? Ha, bin wir da mit Essen Ich bin schon fertig, ich brauch's nicht mehr Das machen wir zum Beispiel Gerade, rechts, gerade Links, links Nein, gerade, rechts, gerade, links, links, rechts, links, gerade, rechts, links, gerade Egal, warte Ich werde immer wieder zurücktippt, wenn du den behinderten Scheiß, links, links Dann du was weiterversuchst, manche Aufnahmen stoppen, dann sehen wir uns in der nächsten Aufnahme Tschüss Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020